Einen schönen guten Abend, verehrte Zuschauer, und ein herzliches Willkommen bei Kla.TV aus dem Studio Mannheim. Wie Sie wissen, ist Kla.TV eine unabhängige Plattform für Berichterstattung, auf der jeder Zuschauer seinen Klagen und Erfolge einreichen kann. Heute möchten wir Sie an einem Erfahrungsbericht eines Vaters teilhaben lassen, der sich mit dem Thema Stoppt den Ausbau von Ganztagsschulen an die Redaktion von Kla.TV gewandt hat. Er schrieb uns Folgendes. An unserem Wohnort gibt es eine kleine Vormittagsgrundschule. Zurzeit läuft nun eine Umfrage, ob die Eltern gerne möchten, dass die Grundschule in eine sogenannte gebundene Ganztagsschule umgewandelt wird. Dies hätte zur Folge, dass alle Kinder an vier Tagen der Woche bis 16 Uhr in der Schule bleiben müssten, obwohl es in Deutschland keine Ganztagsschulpflicht gibt. Die so wichtige Zeit, die Kinder in ihrer Familie verbringen, wird dabei aufs Minimum reduziert. Eltern, die ihre Kinder ohnehin bis nachmittags in Betreuungseinrichtungen untergebracht haben, begrüßen diesen Vorstoß. Was sie nicht erkennen ist, dass hier letztlich einmal mehr durch die Hintertür der Freiwilligkeit ein Zwang eingeführt wird. Denn Eltern, die dies nicht wünschen, müssten ihre Kinder dann selbst täglich in eine benachbarte Grundschule ohne Ganztagsbetrieb bringen. Staatliche Stellen dürfen nicht noch mehr Zeit bekommen, unsere Kinder nach ihren Maßstäben zu erziehen, von denen wir immer mehr erkennen, dass sie den Kindern überhaupt nicht gut tun. Damit ist zum Beispiel die Frühsexualisierung gemeint, von der auf klar.tv unter der Rubrik Bildung schon mehrfach berichtet wurde. Weiter, schreibt er, Also haben wir umgehend das Gespräch mit der Schulleiterin und anderen Eltern gesucht und über die Gefahren des Ganztagsschulzwangs gesprochen. Wir waren erstaunt, wie schnell wir durch unser energisches, aber herzliches Auftreten die Lehrer und Eltern auf unsere Seite bringen konnten. Wir bleiben dran, bis das Thema Ganztagsschule in unserem Ort ganz vom Tisch ist. Diesen Erfahrungsbericht schließen wir mit einem Zitat der Journalistin Christa Schüboll ab. Lautes Schweigen deutet nicht zwangsläufig allein auf den Kenner hin, sondern manchmal auch auf den uninformierten Tölpel. Liebe Zuschauer, wenn auch Sie ein Unrecht zu beklagen haben oder gerne einen Sieg mitteilen möchten, so reichen Sie es als Klage bei uns ein. Wir werden uns auf Ihren Beitrag freuen. Auf Wiedersehen.